Es gibt einen Bericht von einem englischen Soldat aus dem Zweiten Weltkrieg. Dieser Soldat wurde verletzt und kam ins Lazarett. Und er hatte schlimme Wunden und drohte zu verbluten. Man brauchte dringend eine Bluttransfusion für ihn. Nun hat sich gezeigt, dass seine Blutgruppe sehr selten war und man suchte fieberhaft nach Blutkonserven oder einem Spender, der diese Blutgruppe hatte. Und es war äußerst schwierig und der Soldat war kurz davor zu sterben. Auf einmal aber fand sich jemand, der Blut gespendet hat. Es wurde ihm verabreicht und er ist dann auch im Laufe der Zeit gesund geworden und alles war bestens. Als der Soldat dann aus dem Lazarett entlassen wurde, passierte ihm etwas sehr Sonderbares. Während er durch die Gänge ging, salutierten alle möglichen anderen Soldaten vor ihm. Auch Vorgesetzte, auch Hauptmänner und richtige Vorgesetzte, Leiter, vor denen er normalerweise absolut als Soldat hätte stramm stehen müssen. Und das hat ihn vollkommen irritiert. Das war vollkommen unerwartet, ungewöhnlich. So etwas gab es überhaupt nicht. Und irgendwann fragte er jemand, was ist denn los, warum salutieren wir die hier alle? Und die Person brachte Licht in diese Situation. Und sie sagte, du hast königliches Blut in dir. Der Spender, durch dessen Blut du gerettet wurdest, war niemand anderes als der König. Sein Blut hat dir das Leben gerettet. Und wir salutieren vor diesem Blut, was in dir ist. Das ist ein interessantes Bild für unsere Situation als Christen. Wir sind durch das Blut Christi gerettet, reingewaschen. Wir sind neu geboren und zwar in die richtige Familie hinein. Königliches Blut, göttliches Blut fließt im gewissen Sinne in unseren Adern. Das Blut Christi. Und du musst, wenn du durchs Leben gehst, dir einfach das vergegenwärtigen. Ich gehöre zur Familie des Allmächtigen Gottes. Und vor mir haben die Mächte und Gewalten dieser Welt gefälligst stramm zu stehen. Ich bin ein Königskind. Die Bibel sagt dazu, jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Das heißt, ihr seid in die Familie Gottes hineingekommen. Ihr seid ihm nahe gekommen. Durch das Blut. Einst wart ihr fern. Jetzt gehört ihr dazu. Ihr seid Gott ganz nahe. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, von eurem Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi. Durch sein Blut sind wir in eine Position von Hoheit gekommen. Wir gehören zur richtigen Familie. Wir gehören zur Familie des Allmächtigen Gottes. Und ich lade dich ein, in diesem Bewusstsein einfach dich aufzurichten, deine Schultern zurückzunehmen, den Kopf zu erheben und zu sagen, ich werde als ein Kind Gottes durch dieses Leben gehen. Und ich erwarte, dass man mir salutiert. Ich glaube, Gott hat mehr für dich.